Eine vollständig renovierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Oberursel, Taunus. Das Objekt wurde 1999 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 103 m². Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1330 Euro. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017